Was ist der negativste Fall, den ein Fußballspiel für eine Mannschaft haben kann. Wir haben uns alles andere vorgenommen, wollten hier natürlich gewinnen, um unsere Position weiter zu verbessern, um unsere Europa League Ambitionen weiter zu unterstreifen und haben das heute nicht geschafft. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit schon Möglichkeiten gehabt, das 1-0 zu machen. Wir haben es letztendlich nicht gemacht und haben uns dann auch relativ schwer getan. Ich denke, dass wir natürlich viel Ballbesitz hatten, aber daraus ist kein Kapitalschlag geworden. Ich denke, wir hatten eigentlich die richtige Idee, über Außen zu kommen und hatten eigentlich auch viele Möglichkeiten, wo wir die Bälle in die Strafräume bekommen haben. Aber entweder hat es nicht unseren Mann gefunden oder nicht den Weg ins Tor. Ich denke, im zweiten Halbzeit hat es wieder ein bisschen gedauert, bis wir das Mittel gefunden haben. Und nachher haben sich die Mainzer hinten auch hinten reingestellt und dann war es schwer. Aber normal müssen wir eigentlich hier mehr mitnehmen. Und das ist ein bisschen gedauert. Und das ist ein bisschen gedauert. Und das ist ein bisschen gedauert. Vielen Dank.